hallo ich bin der wari und ich suche eine kleine kamera immer noch das ist sie die ist wirklich klein und da ist hier ein knopf an der seite dann klappt man die auf und da sind die batterien drin genau vier stück viel größer ist diese kamera nicht als genau diese vier batterien ich habe hier ein durchgehendes loch für ein richtig dickes schloss und links und rechts schlitze für ein gut monitor ist nicht verbaut bloß ein kleines display und da kann man die einstellungen machen und da zeige ich jetzt euch mal was man da einstellen kann viel ist es nämlich nicht für on muss man lange drücken ach so ort ich kann den namen der kamera eingeben ich kann den per modus eingeben und zwar foto und video still in video ich stelle sie auf video das ist die aktivität 24 stunden oder nur tag oder nur nacht ich habe es auf 24 stunden sensitivität high mittel und niedrig ach so ist deutsch hoch mittel und niedrig belichtungszeit habe ich jetzt auf mittel gestellt ich weiß nicht genau wie das aussehen wird bild normal oder weit ich stelle sie mal auf weit video länge 15 sekunden ich kann einstellen 5 15 oder 30 auflösung hoch mittel niedrig natürlich hoch zeit am stand kann ich einstellen 2 5 15 30 sekunden eine minute oder fünf minuten ich habe es auf zwei sekunden mal sehen wie das wirkt die sprache natürlich zurücksetzen ja nein natürlich nein so formatieren kann ich noch die speicherkarte habe ich schon gemacht und das war's zeit und datum kann man auch noch einstellen allerdings nur am und pm musste ich mich jetzt noch mal belesen was hier was ist um die kamera zu aktivieren tut man gar nichts man lässt sie einfach nur an die fängt dann irgendwann an zu blinken geht in den betriebsmodus blinkt dann noch ich glaube eine minute lang und dann ist es scharf zum wieder aufwecken drückt man lange auf die on taste und zum ausschalten wenn ich jetzt ausschalten möchte drückt man auch lange auf die on taste das war's die kamera ist jetzt eingestellt die schaltet sich jetzt nach ein paar nach einer gewissen zeit scharf dafür hört dann die led auf zu blinken ich hab die jetzt hier ran und dann gucken wir mal eine woche nach wie die qualität ist die wird höchstwahrscheinlich nicht extrem gut sein aber für so eine kleine kante kamera so eine handliche die ich fast schon in der hosentasche stecken kann da würden mir auch 720p reichen mal gucken abschließen kann ich die kamera leider nicht wieder zurück bei der wild game innovation shadow heißt sie glaube ich die hingelsen naja so gut wie eine woche hier ich habe die nochmal umgestellt auch von von high auf mittel und sie funktioniert und sie macht das was sie machen soll so ich so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kamera ging es halt wirklich nicht darum, ob die richtig geile Aufnahmen macht oder nicht, sondern es ging um diese Größe, weil ich kann die in die Hosentasche stecken. Man erkennt, was auf den Videos drauf ist. Es ist, naja, nicht berauschend. Wäre natürlich geil gewesen, wenn es richtig schöne Aufnahmen sind. Ich denke mal, hier ist ein 2 Megapixel Sensor verbaut. Falls ihr euch interessiert, wie diese Kamera, diese Kamera gibt es nicht in Deutschland zu kaufen, sondern über Amazon.com. Es fällt eine Zollgebühr an, das übernimmt Amazon aber selber. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen und keine Angst haben, dass der Zoll dann vor der Tür steht. Ist Blödsinn, weil Amazon schickt es ja zu Amazon. Und da entstehen dann die Zolltransfersachen, bla bla, die man dann als Aufschlag drauf zahlt. Diese Kamera hat keinen Ton, das wusste ich von Anfang an. Selbst als ich sie gekauft habe, wusste ich das, dass sie keinen Ton hat. Ich finde das Ding klasse. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Und heute lassen mich die Mücken mal ein bisschen in Ruhe. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr die Neuesten auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Wari. Jetzt beißt was. Alter, doch eine.